Hey Frau von Hersky, da sind wir wieder in Wobbly, so und der König hat entschieden, dass wir alle möglichen Jobs mit Helikopter machen, alle Jobs mit Helikopter, dann ab, der König fährt selber, ok, ab zum Helikopter, so welchen Job machen wir zuerst, ich bezahl sowieso den, wir machen den einfachsten, zuerst, Pizza Job, okay, Pizza Job, Pizza Job, Pizza, 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 bitte nicht selber. Du musst dich festhalten, mit der Pizzahöhle, die Pizzahöhle, die Pizzeria, die Pizzahöhle, da war schon mal, da war, wo ist das? Hier, die gute alte Pizzahor, mein Projekt, ja,oph, du bist schon vorbei, so, also Jobs, die wir erledigen können, Mit Helikopter, mit dem Polizeihelikopter. Helikopter, Helikopter, Helikopter. Ist der Polizeihelikopter eigentlich schneller wie die normalen? Nein, ne? Weiß nicht. So, komm, du musst mit reinkommen. Ja. Und der würde ich sagen... Du hängst dann die Pizza und hängst dich dann mit an... Okay. Also Nummer eins Pizza-Job mit Helikopter. Los geht's. Okay, wir haben nur eine Minute. Los, guck, 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 guck. Zum Glück nur eine Pizza. Wenn wir zwei hätten, wäre hier aber alt ausgesehen. Los, häng dich dran. Schau rein. Häng dich dran. Los geht's. Warte, ich muss hochgehen. Das dauert so lange. So, jetzt, 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 jetzt. Wieso kann er nicht weit weg sein? Los. Es ist gleich... Nein! Oh, was machst du? Ich hab gar nichts gemacht. Der ist einfach... Wo ist die Pizza? Die Pizza liegt, glaub ich, hier auf dem Dach. Auf dem Dach. Oh, nein. Nee, der Pfeil ist im Haus. Die liegt da! Oh, nein. Die Pizza liegt mir rein. Okay. Ab zum Pizza-Job zurück. Das war, äh, nichts. Das war ein Fave. Oh, nein. Okay. Ich glaub, das ist einer der ersten Jobs, die wir nicht geschafft haben. Okay, das war schon mal für die Katze. Äh, aber warum bin ich jetzt einfach weggeflogen? Ach, nee, war in der falsche Richtung hier, Alter. So, ich komm. Ich hab mich auch irgendwie an der, an der, an der Kufe festgehalten, da unten. Ich muss mich, glaub ich, direkt am Heli. Jetzt lag die Pizza so blöd da am Haus, das war nix. Okay, wir gehen nochmal rein. So. Pizza-Job mit Heli, zweiter Versuch. Kann ja so schwer sein. Ja, Mann. Aber wie, jetzt sind wir zwei Pizze... Was machen wir, wenn wir zwei Pizzen sind? Abbrechen. Okay. Okay, eine. Los geht's. Okay, noch eine Minute. Ab in Heli, ich komm. Der beste Pizza-Lieferant in der Stadt mit dem Helikopter, Leute. Ja, Mann. Warte, 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 noch nicht. Jetzt. Okay. Ich hab die Pizza... Sie guckt. Nicht so wild, nicht so wild. Wieder nur eine Minute. Okay. Ich bewege mich nicht, ich hab mich nur fest. Oh, wir müssen das zu unserer Hausfrau bringen. Ach, unsere Putzfrau hat eine Pizza bestellt, okay. Sehr langsam jetzt, oder? Ja, weil du dich da dranhängst. Wo ist sie? Da, bei unserer Hausfrau. Okay, noch eine halbe Minute. Geh schon mal runter ein bisschen. Ich schaffe nichts. Ah ja, ich sehe sie da. Unsere Putze. Sie hat Hunger. Sie hat die Bude geputzt. Jetzt hat sie Hunger. Nicht so schnell, nicht so schnell. So, los, 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 los. Unsere Putzfrau hat ein Bad. Egal. Okay, wir schaffen. Ich kriege auch noch was hier. Nein. Okay. Ach, deswegen bist du auch der König, weil das geht, Klaus. Dann geh mal her jetzt hier. Können wir teilen, äh, brüderlich. Okay. Hin rein. Stopf das jetzt auf, ich fliege mit dem Heli hinterher. Äh, das ist aber gefährlich. Ja. Hehehe. Okay, ich fahr zur Bank. Wehe. Ah, nee, ist er hier vorne schon. Du zockst mich. Na, ich zock dich nicht ab. Ich bin ein ehrlicher Dieb. Ich bin nett. Was? Ich bin ein ehrlicher Dieb. Was hast du denn gerade gesagt? Du bist ein Dieb. Ein ehrlicher Dieb. Ehrliche Diebe, die klauen ihre Brüder nicht. So, los geht's. Ich hab's, Wanni. Okay. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Äh, ich weiß nicht. Das ist ein Dollar. Ich hab jetzt 5.100. Ich hab 60. Ich musste mein Haus für meine Villa verkaufen. Jetzt nehm ich in so ner Bruchgrube. So, okay, Pizza-Job geschafft. Was können wir jetzt jetzt machen? Äh, äh. Äh, warte, wir, äh, was ist mit... Louis, Louis, äh, dauert, äh, lange. Wir machen erst mal, äh, was ist mit, äh... Möbel. Möbel, Möbel-Job. Los geht's, Feuer frei. So, langsam, langsam, langsam. Nicht, dass wir gleich in die Luft ballern hier. Werden wir nicht. Werden wir nicht. Wir haben die besten Piloten am Start, Alter. Ja, Mann. Und er ist als König angekledet. Let's go. Ich hoffe, wir kriegen ein Schedule. Okay, wenn zwei Möbelstücke, dann brechen wir wieder ab, ja? Weil das geht ja gar nicht. Du hast... Let's go. Hä? Den Tisch da! Welchen Tisch? Den! Nimm den mit! Der soll das sein? Ja! Sicher? Ja. Okay. Der stand da eben noch nicht. Warte. Weil wir jetzt das Falsche haben. Haben die hier neue Möbel gemacht, oder? Ich glaube, das muss so neu. Warum ist der Hähnl so langsam? Weil ich da hänge, oder? Ich glaube, ja. Okay. Mann, du bist so dick. Was hast du in letzter Zeit gegessen? Aber ich glaube, wenn ich... Ja, ja, wie zu tun? Kurier, wenn ich das Bewegungskreuz nicht drücke, der geht schneller, oder? Okay, jetzt guck. Hör auf! Der will ja langsam. Sonst explodieren wir immer. Also einfach nur hängen. Nichts machen, hängen. Hängen. Dann fliegt er schnell. Okay, okay. Fehler gefunden. Fehler gefunden. Ah, da mault den Hocker. Was will der denn? Der will da nicht arbeiten? Will da sitzen, oder was? Ich glaube, der will zum Arbeiten sitzen. Der will nur sitzen. Ja, der Faule. Okay, lass mich runter. Nicht so schnell, nicht so schnell. Okay, ich bin da. Los, gib ab, gib ab. Hier ist ein Hocker. Ja, hier, Bruder. Der Farmer. Wir haben nur einen Hocker. Ihr seid zu zweit. Was machen wir jetzt? Hä? Das ist das falsche Ding. Was hast du mir gegeben? Hier. Die wollen das Ding nicht haben. Was? Zurück. Nein, es gibt nichts anderes. Ich habe bei mir aber auch keinen Pfeil gehabt. Ja, ich auch nicht. Warte, flieg mal los. Ich gucke mal, Karte. Wo ist der Möbel? Der Möbel Heinz. Da oben. Der ist aber kein Pfeil. Ja, ist so. Aber ich glaube, das Problem... Flieg doch mal hin. Hä? Ist das jetzt ein Bug? Also, ich hatte den Job, wo ich annehmen konnte und du hast... Wenn wir beide da... Ich weiß nicht. Okay, das war für die Katz. Kurz ab. Jetzt haben wir so einen blöden Hocker mitgenommen. Ja. Und der war das gar nicht. Ja. Die wollten kein Hocker. Die wollen ein Sofa. Warte. Guck mal, hier ist doch kein Pfeil. Hier ist doch gar nichts. Ja, ist so. Der Hocker steht hier wieder. Das Sofa. Hä? Okay, warte. Dann mach nur einer. Quiet, yes. So, jetzt? Hast du auch. Nee, ich. Ich mach jetzt gar nichts. Mach. Da jetzt das Sofa. Das Sofa. Da ist der Pfeil. Was war das denn? Total buggy. Okay, los geht's. Warte, warte. Ich muss mich hier festhalten. Und los geht's. Los geht's? Und ich drücke nichts. Ich mach nur... Ich mach's rein gern. Genau, ich drücke nicht nach vorne, nicht nach hinten. Einfach nur rammkoppeln. Es ist mir nur einfach gar nichts. So zwei Minuten Zeit. Irgendeiner will ein geiles Sofa. Naja, sieht nicht so geil aus. Von unser... Hey, der... Alter, was besteht der in der Villa so... Müllsofa? Ja, er will sich ver... Schlechter. Ja, Mann. Ich dachte... Okay, okay. Mach vorsichtig. Ich bin der vorsichtige Flieger. Ach, er wartet schon da vorne, oder? Er ist draußen. Vor der Tür steht er, oder? Er ist drin, der Faune. Okay. Dann versuch mal so dicht wie möglich da zu landen. Okay, jetzt zieh ich das Ding. Hilf. Hinten anpassen. Ja, Mann. Los, der König ist da. Der König ist... Okay. So, diesmal haben wir es geschafft. Das ist eine Frau. Wo ist der Typ? Das ist eine Frau, Mann. Hallo, hier ist dein Sofa. Hallo. 70 Dollar. 70, Alter, okay. Da hat sich gelungen. Lass Louis probieren. Lass Louis probieren. Und ansonsten habe ich noch eine Idee. Lass Louis probieren. Probieren, essen. Ja, nee, nicht ihn essen. Die Fässer probieren. Probieren, essen. Weil wir haben noch einen kurzen Weg. Wir müssen doch... Wie viel Fässer brauchen, Louis? Fünf? Fünf. Fünf, okay. Damit er essen. Äh, wir müssen ja quasi dann fünfmal hoch und runter dödeln. Fünfmal. Das können wir schaffen. So, du nimmst den Job an. Ja. Rennst zum Heli. Ich hole einen Fass. Sieben. Viereinhalb Minuten. Okay, ich hole einen Fass. Oh, da haben wir aber wenig Zeit. Ey, wie soll der das Fass nicht? Ey. Ich. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Los, renn. Ich bin schon im Heli. Ja, ja, ich starte das Ding. Ich komm. Das Ding fliegt schon gleich. Ich bin dran. Los geht's. Okay. Ab zu Louis. Ab zu Louis. Fünf Fässer. Fünf. Also, wir haben irgendwie, keine Ahnung, äh, eine halbe, ich sag mal blöd, eine halbe Minute pro Fass. Los, los. Halt den Heli startbereit. Tag. Ich komm. Komm, 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 komm. Und jetzt steig ich ganz normal ein. Los geht's. Ach so, er hat das erste gegessen. Ah, wir haben, ah, wir haben fast eine Minute für einen Pass gebraucht. Das wird nix. Los, wir schaffen das. Ich spring raus. Da ist er. Steh auf, Junge. Wobbly. Aula, Wobbly. Wobbly. Guck mal, ich hab das nächste Fass. Ich hab's. Zack. Ich komm. Nein, jetzt hängt er am Zaun fest. Ich bin grün. Egal. Aber grün sieht ja geil aus mit den Kopfhörern. Starte das Ding. Ich komm. Feuer frei. Ja, aber. Ah, oh, nee, nee, nee. Wir brauchen knapp eine Minute pro Fass. Pass auf, wir machen es anders. Wir machen es anders. Wie? Weiter, weiter, weiter. Ich bin da. Los geht's. Was machen wir? Jetzt machen wir noch ein Fass. Ey, Louis. Dein Fass. Was? Hier ist das. Pass auf. Äh. Ich komm. Starte schon mal das Ding. Ich komm. Ich spring rein. Zack. Das dauert zu lange. So. Pass auf. Jetzt machen wir noch ein Fass. Ein Fass mit dem Heli. Und dann? Und dann springen wir mit dem Heli. Und dann rennen wir beide mit jeweils einem Fass. Nein! Ich bin auf dem Ziel. Oh nein. Ich bin auf dem Ziel. Ich bin hier hinten. Oh, scheiße. Wir haben den schlechtesten Piloten engagiert. Hey! Ich bin auf dem Ziel. Der bringt ja nichts. Komm mal nach hinten. Ja, schön. Da ist der König. Hallo. So, komm, jetzt hier. Wir beilen uns. Äh. Unten war ein Auto, ne? Weiß nicht. Können wir noch zwei Minuten. Jetzt ganz normal Fass nehmen. Du auch eins. Aber wir machen. Oder? Nein. Nein, warte. Ich nehm zwei oder du. Ich nehm zwei. Und ich nehm eins. Okay. Jetzt Feuer frei, los. Ich hab schon wieder grün. Los geht's. Hey, wer ist da denn? Jürgen. So, komm, jetzt machen wir den Job fertig. Langsam runter. Das Fass. Wo ist mein Fass? Ich hab das Fass verloren. Das Fass verloren. Ich hab das Fass verloren. Wir haben noch eine Minute 15. Ich fang kurz mit dem Ding hoch. Versuch, mit der Rakete hochzufliegen. Mit der Rakete. Ein Fass. Land auf, land auf. Okay, zwei Fass. Du hast noch eine müde Zeit. Nein, wir mussten mit diesem Ding da rufen. Ja. Wir schaffen das nicht mehr. Und wieso können wir nicht mit Teddy heute durchballern? Keine Ahnung. Oh, Schüssel. Oh, ich hab ne Bombe verloren. Ach, 14, das schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Bist du um? Nein. Das Auto schafft das auch nicht. 20 Sekunden, ich komm dich mal high an. Ja, egal. Wir kriegen sowieso Geld. 40 Stunden. Wo ist der Typ? Na, ich bin bei der Müllheide. Ich bin bei der Müllheide jetzt. Wo war denn das Kraftwerk? Oh, ich hab fest Schill. Jetzt klauen wir nicht mal. Ah ne, mein Geld kommt bei mir runter, oder? Ja. Ah. Geld. Witzig. Okay, besser wie nix. Geld haben wir abgegeben. Ja, Mann. Weiter geht's. Ich bin noch bei der Bank. Ich komm wieder raus. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ah, okay. Louis ist knapp. Ist möglich. Wenn man den letzten Geldsack einfach so runterschweißt. Geldsack? Geldsack. Äh, Fass. Um den Geldsack zu kriegen. Wettrennen. Was wird Wettrennen? Äh, Race. Race. Wollen wir ein Race mit Helis? Beide mit Helis? Äh. Also, okay. Aber welchen? Warte, ich weiß, wo ein Flugzeug Race ist. Dann lass mal Auto Race versuchen. Hier vorne. Äh, neben der Mall. Das geht doch hier nur... Eigentlich kenn was Gutes. Da. Da hinten. Ja? So. Guck mal, lass mal wo ich bin. So ist gleich. Ja, hinter dem Typen haben wir gesehen. So. Und jetzt nehmen wir das Rennen an. Raus aus dem Auto. Rein in den Heli. Yes, 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 yes. Und dann müssen wir wahrscheinlich so tief wie möglich... Fliegen. Fliegen. Aber warte mal, wir hätten ja... Wieso haben wir keine... Wir haben bei unseren ganzen Jobs hier nicht mal einen Fliegerhelm auf. Oh nein. Oh nein. Egal. Ah, wir sind gar keine richtigen Flieger. Let's go. Okay. Aussteigen. Du Sau, du bist schon drin. Na komm. Der geht nicht hoch. Ja, dauer, dauer, dauer. Jetzt aber nicht rammen hier. So, okay, nicht so hoch. Nimmt er ihn mit? Ja. Okay, 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 okay. So, los geht's. Das Rennen beginnt. Das war geil. Okay, okay. Oh, ich höre auf. Ich komme, ich komme, ich komme. Jetzt bin ich langsam drin. Oh, 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 oh. Nicht hilf. Ah ja, du bist schon voll weit raus. Komm, ich bin auch da rein. Okay, auch wenn man höher ist, nimmt er ihn mit. Man kann abkürzen. Nein, scheiße. Okay, okay, okay. Ich komme, ich komme, ich komme. So ein Mist. Hä? Wieso ein Fail? Hä? Keine Ahnung. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Okay. Zählt er das nicht? Ich habe keine Ahnung. Also er hat die Checkpoints ja mitgenommen. Oder waren wir zu langsam? War die Zeit um? Komm, wir müssen auf die Zeit achten. Da habe ich jetzt gerade nicht hingeguckt. Was? Nimm an. Okay. Schnell. Scheiße. Steigt raus, du Scheiß. 19 Sekunden. Oh, 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 oh. 16. Steigt doch. Okay, ich gucke jetzt mal auf die Zeit. Was war los? 19. Ja, er zählt doch. Okay, ich bin diesmal schon schneller. Alter, ich habe sogar dieses Ding mitgenommen für die Pfeile. Diesen Speed. Ich habe jetzt wieder achten Sekunden. Also die Zeit passt. Hä? Okay, also. Sollte die einen Checkpoint. Aber die Zeit war ja bei dir auch gut. Bei mir war sie ja auch gut. Okay, also irgendwie. Schade, schade. Mit den Helis, das klappt irgendwie nicht. Ah. Jetzt wollten wir ein geiles Heli-Rennen machen. Hau dich hin. Aber dafür machen wir geile Heli-Action. Was machen wir jetzt? Hey, Lander. Was? Fight oder was? Ja, Mann. Heli-Fight. Heli-Fight. Ich bin extra. Heli-Fight. Hey. Ich bin gleich wieder auf dem Atomkraftwerk. Ach, schade. Ich bin bei Louis unten. Nein, nicht unten. Ich bin oben. Nicht ins Wasser. Oh, ich bin tot. Und ich? Zum Schluss. Zum Schluss habe ich nochmal einen Heli-Helen. So, dann würde ich sagen, das war es für heute. Also Heli-Rennen mit Race. Ich glaube, nee. Mit nichts. Du kommst jetzt hin. Alles klar. So, Leute. Haut rein. Macht's gut. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. So, warte. Warte. Nein, warte. Matta. Was? Ciao. Ciao. Ciao.